Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bevor wir uns wiederholfen, bitte sicher, dass Sie wiederholfen, dass Sie wiederholfen haben, dass Sie wiederholfen können, dass Sie wiederholfen können, dass Sie wiederholfen werden können. Jetzt können Sie jetzt die Backdreise und die Aufmerksamkeit werden. Verstehen Sie auf die Tafel in fronte und sicher, dass Sie wiederholfen werden können. Die Windel-Shade müssen Sie offen sein, wenn Sie wiederholfen werden können. Wir haben jetzt einen sehr schnellen Flugzeuge. Ready für takeoff? A small step für Sie ... ... ... ... Also über Angermund und den Arm hängen Wolken. Jetzt sind wir oben. Da ist sie. Oh ist das traumhaft. Jetzt sind wir oben. So ist das. 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 Wir müssen uns jetzt. Wir müssen uns jetzt quer durch Spanien bewegen. Ich denke mal wir kriegen dieses Berg Passiv. Das ist vielleicht schon ein Auto. So. Anflug Ankunft Teneriffa. 4,5 Stunden Flug. 30 cm Sitzabstatt. Man konnte sich nicht bewegen. Grofzügigerweise kriegte man ein Getränk. Nämlich entweder Kaffee, Tee oder Wasser. Nicht mal Saft. Nicht mal irgendwas anderes. Und zu essen haben wir gar nichts gekriegt. Nur gegen Bezahlung. 4,50 Euro für ein ladriges Sandwich. Also Qualität des Fliegens wird immer beschissener. Aber hier scheint jetzt die Sonne. Und da freuen wir uns ganz einfach auf mehr Sonnenerholung. Mal in der Hotel liebe Kinder soeben auf Teneriffa gelandet. Bleiben Sie bitte noch so lange angeschnallt sitzen. Bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind.